Ich begrüße Sie bei Melli s Immobilien. Mein Thema heute. Hilfe für Immobilienkäufer von ausgebildeten Immobilienkaufleuten und Immobilien Sachverständigen. Wenn Sie einen Immobilienkauf mit Unterstützung eines Maklers und eines Sachverständigen angehen, können Sie viele der Risiken minimieren und den Kaufprozess effizienter gestalten. Hier sind die wesentlichen Punkte, die Sie mit der Hilfe dieser Experten beachten sollten. Erste Makler auswählen und beauftragen. Qualifizierten Maklerwählen suchen Sie nach einem erfahrenen Makler, der die Region gut kennt und über positive Referenzen verfügt. Maklervertrag prüfen, achten Sie darauf, welche Dienstleistungen der Makler anbietet und wie die Provision geregelt ist. In Deutschland beträgt die Maklerprovision in der Regel drei bis sieben Prozent des Kaufpreises, inklusive Mehrwertsteuer, und kann vom Käufer, Verkäufer oder beiden getragen werden. Unterstützung bei der Objektauswahl. Der Makler hilft bei der Suche nach geeigneten Immobilien und koordiniert Besichtigungstermine. Zweiter Immobilienbewertung durch einen Sachverständigen. Unabhängiger Sachverständiger, beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter oder Sachverständigen, der den Wert der Immobilie objektiv bewertet. So können Sie den tatsächlichen Marktwert ermitteln und eine fundierte Kaufentscheidung treffen. Zustandsbewertung. Der Sachverständige überprüft den baulichen Zustand der Immobilie, erkennt Mängel und schätzt eventuelle Sanierungskosten ein. Gutachten erstellen lassen. Ein professionelles Gutachten kann auch als Verhandlungsgrundlage dienen, um den Kaufpreis zu senken, wenn Mängel festgestellt werden. Dritte Makler und Sachverständiger in der Kaufverhandlung. Makler als Verhandlungsführer. Der Makler kann die Preisverhandlungen mit dem Verkäufer oder dessen Makler führen und dabei seine Marktkenntnisse und Erfahrungen einbringen. Argumentationsgrundlage durch Gutachten. Nutzen Sie das Gutachten des Sachverständigen, um fundiert zu verhandeln und Preisnachlässe zu fordern, wenn Mängel oder Renovierungsbedarfe festgestellt wurden. Vierte Dokumente und rechtliche Aspekte prüfen lassen. Maklerunterstützung bei der Dokumentenbeschaffung. Der Makler kann wichtige Dokumente wie den Grundbuch Auszug, die Teilungserklärung, bei Eigentumswohnungen, Baulastenverzeichnis, Energieausweis und Protokolle der Eigentümerversammlungen anfordern. Gutachterliche Prüfung lassen Sie durch den Sachverständigen relevante Unterlagen prüfen, um sicherzustellen, dass keine versteckten Risiken vorhanden sind, zum Beispiel unerlaubte Umbauten oder Belastungen im Grundbuch. Fünfte Finanzierung und notarielle Beurkundung. Maklerkoordination. Der Makler koordiniert den Ablauf der notariellen Beurkundung und sorgt dafür, dass alle Beteiligten den Entwurf des Kaufvertrags rechtzeitig erhalten. Beratung durch den Sachverständigen. Der Sachverständige kann ihnen bei der Finanzierung helfen, indem er eine objektive Einschätzung zum Wert der Immobilie abgibt, die die Bank für die Kreditvergabe nutzen kann. Sechster Kaufvertrag und Notar. Vertragsprüfung. Der Makler kann den Kaufvertragsentwurf mit ihnen durchgehen und auf wichtige Klauseln hinweisen. Ein Sachverständiger kann technische oder bauliche Aspekte erläutern. Rechtsanwalt hinzuziehen. Bei komplexeren Fragen oder Unsicherheiten kann zusätzlich ein Anwalt für Immobilienrecht hinzugezogen werden, um den Vertrag zu prüfen und rechtliche Aspekte zu klären. Siebte Übergabe der Immobilie. Makler unterstützt bei der Übergabe. Der Makler koordiniert die Übergabe der Immobilie und sorgt dafür, dass ein detailliertes Übergabeprotokoll erstellt wird. Sachverständiger bei der Übergabe. Der Sachverständige kann bei der Übergabe anwesend sein und überprüfen, ob eventuelle Mängel behoben wurden und die Immobilie im vereinbarten Zustand übergeben wird. Achter nach dem Kauf. Maklernachbetreuung. Einige Makler bieten Unterstützung auch nach dem Kauf an, zum Beispiel bei der Suche nach Handwerkern oder bei Verwaltungsfragen. Sachverständige für weitere Bewertungen. Bei größeren Renovierungen oder Modernisierungen können sie erneut einen Sachverständigen beauftragen, um die Qualität der Arbeiten sicherzustellen. Fazit. Durch die Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Makler und einem unabhängigen Sachverständigen stellen sie sicher, dass der Kaufprozess professionell und sicher abläuft. Der Makler bringt seine Markterfahrung und sein Netzwerk ein, während der Sachverständige ihnen eine objektive Bewertung der Immobilie bietet und mögliche Risiken identifiziert. Gern begrüße ich Sie in den Immobilien- und Sachverständigenbüro von Mellies Immobilien. 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 Vielen Dank.